Ich denke, wir haben echt viel gesagt zu der Pfeife, man kann wirklich im Fazit sagen, Top Pfeife. Ich sag einfach, wir sollen ruhen hin. Yo Leute, hallo und herzlich willkommen. Nein, wir schauen nicht das gleiche Video. Nein, das ist was anderes. Es ist ein anderes Video. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es im letzten Video verraten hast. Du hast es verraten? Ich glaube, ja. Ich habe es irgendwie mal an der Anekdote gemacht. Genau, er hat zum Rande gesagt, wir rauchen heute keinen geringeren als den Social Smoke Watermelon Shake. Ja, Mann. Wir haben uns was richtig Gutes mal gegönnt. Wie denn du? Du hast Money, du hast den gekauft. Doch, wir sind viel zu arm dafür. Ach, das stimmt so nicht. Der ist auch für alle Leute, wenn man monatelang nicht rauskriegt. Wenn man mal eine Dose weglässt, dann ist das quasi... Aber so viel zu sagen, wird es nicht. Ja. Social Smoke? Social Smoke. Ja, kenneliegend. 250 Gramm? Nee. Doch. 250 Gramm, 32,90 Euro. Ist ein Schnäppchen. Ist ein Schnäppchen. Ist ein bisschen teurer als normaler Tabak, aber ihr bekommt ja auch was geboten. Richtig. Ja, fangen wir gleich mal an mit... Fangen wir mal an hier mit... Schnitt, 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 schnitt. Also, ganz kurz, wie das Übliche, man hat hier halt so eine tolle Plastikdose, die ist jetzt nicht auch so Edelstahl, bei dem Preis könnte man fast denken. Aber gut, das ist eine normale Dose. Kommt ja auch nicht auf die Dose an, sondern auf den Inhalt. Genau. Sack. Ist da überhaupt noch was drin? Es ist noch was drin, aber man kann noch ein bisschen gucken. Und ihr müsst uns jetzt auch einfach mal glauben, der ist halt... Der ist keine Schnäppchen. Also, ich bin mir vorher geschüßt jetzt. Der Schnitt ist... Okay. Es ist jetzt nischt, wo man sagt, er ist so extrem mega, super, mega doll fein geschnitten. Man kann aber supergut einen Kopf mitbauen. Man hat jetzt nicht irgendwie riesige Äste, riesige Blätter oder sowas mit drin. Der ist nicht extrem voll gesifft. Das ist jetzt halt ein bisschen immer mit der Tüte hier. Ja. Wie gesagt, das Schwerbewegung ist. Ich kann es doch mal kurz zeigen, also ich kann es verlohen. So, komm, ich halte es mal ins Leben. Es gibt tatsächlich geilere Schnitte im niedrigeren Preissegment. Aber, um Max noch mal zu zitieren. Wenn euch das Ganze zu grob ist, dann nehmt doch einfach eine Schere, verdammt! So, kack, kack. So, ja, also im Steinkopf mit dem Batscher Specht V2A. Könnt ihr das Ganze einfach... Wir haben da ein Sieb drin. Könnt ihr das Ganze einfach reinschütten und dann ist gut. Schön, schön, schön. Macht einen leichten Overpack drauf und dann läuft das. Ja, also wir haben das in anderen Videos, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Je nachdem, was man da kommt, wie man da braucht. Wir rauchen jetzt vor einem Kamin, wie gesagt. Der muss ein bisschen overpackt sein, damit er auch genug Hitze bekommt. Im Luxus ist overpackt eine ganz schlechte Idee. Nee, im Vollkontakt sollte man den Watermelon Chill auch nicht rauchen. Nee, der wird ein bisschen sehr strungen. Aber da sind wir schon wieder ein bisschen zu weit. Riech mal erstmal dran. Und ich glaube, ich weiß es schon. Ja. Die Augentränen wieder. Nein, ihr habt eine richtig dominante Menthol-Note da mit bei. Oder Minze, was auch immer. Ich finde es so eine Mischung. Mischung aus Menthol und Minze. Ist halt ganz eigen so. Diese Chill-Sorten von Watermelon Chill ist nochmal ganz eigen. Gibt auch nur einen Tag von Socialism und der Watermelon Chill. Das ist doch nur ein Wunder, ne? Ja, und danach habt ihr einfach so eine richtig geile, fast schon authentische Wassermelonen-Note. Es ist aber, ja, man macht sich nichts vor. Es ist die typische Shisha-Wassermelone. Aber in absolut hammer-mega-geil. Es riecht absolut stimmig, was Social Smoke hier gemacht hat. Und ich glaube, der Erfolg spricht für sich. Ja. Es ist einfach mal mit Whiteberry Chill, Watermelon Chill. Es sind einfach die Brecher. Auf die sind alles. Mega lecker. Könnt. Einfach genial. Lass mal rauchen. Lass mal rauchen? Okay, komm, zieh mal ein bisschen an die an. Du das zuerst. So. Ja, ganz einmal schon angeraucht. Es hat einen Grund, warum die Kohlen nicht komplett in der Mitte liegen und hier noch nicht kompletter Abriss vom Rauch ist. Das Ding ist kalt. Erstmal extrem kalt. Man denkt sich so, was hab ich mir denn jetzt gekauft, wenn ihr wirklich die Kohlen komplett in die Mitte legt am Anfang. Die ersten 10 Minuten, ich werd's euch sagen, ist so Packung Airways und danach Mundwasser. Der ist schon... Und danach kaut ihr den Sweet Breeze. Richtig. Sweet Breeze, darauf wollte ich gerade gehen. Der ist halt in den ersten 10 Minuten nicht so krass, aber kommt sehr dicht dran. Also, ähm, wie Ali schon gesagt hat, legt die Kohle so ein bisschen beiseite. Beim Lotus fangt entweder nur mit einer Kohle an oder schrägt halt einer an, weil wenn der Hitze bekommt, wird er erstmal ultimativ kalt. Ich würde empfehlen, den direkt einfach mit dem Kamin zu rauchen, weil das macht das Ganze einfacher. Richtig. Ja, und dann aber. Dann aber. Dann aber. Ja, wenn dieses Ganze extrem kalte dann weg ist, dann wird's einfach nur noch geil. Dann wird's einfach nur noch mega, hammer, ultra geil. Die ist so lecker, die Wassermelone. Also, ich habe noch keinen einzigen Melontabak geraucht, der so geil ist. Ich hab den, ähm, in der Shisha-Lounge von, äh, von dem Ramadan, das ist der Chef von... Vom Layal Shisha-Shop. Einzigenshop, ne, dem Layal Shisha-Shop in Spandau. Der hat uns damals eingeladen, der hatte den geraucht. Ich hab da ein paar Mal angezogen und hab mich sofort verliebt in diesen Tabak. Der ist einfach mega geil. Und der gehört zu den wenigen Tabaksorten, wo ich auch wirklich sagen würde, den darfst man mit nichts wischen. Den muss man pur rauchen. Weil alles andere wäre, äh, sowieso bei dem Preis Blasphemie, sowieso, genau. Und der ist einfach extrem lecker. Und dann kommt noch hinzu, um den Preis mal so ein bisschen zu rechtfertigen, ihr könnt diesen Kopf ultimativ lange rauchen. Also ich hab selten einen Tabak gehabt, den man so extrem lange rauchen kann. Da kann man auch mal zwei Kohlen drauflegen. Das ist wirklich krass. Extrem. In einer Shisha-Bar im Smoke in Berlin, ich weiß nicht, wer aus der Region kommt, vielleicht kenn ihr die, in einer Leibnizstraße in Charlottenburg. Die servieren halt schon immer Social Smoke. Und da könnt ihr einfach zweieinhalb Stunden sitzen. Ihr kriegt da dreimal neue Kohlen drauf. Ihr zieht immer noch, oh, Geschmack, Geschmack, Geschmack. Es lässt einfach kaum nach. Es ist echt genial. Es ist ganz am Ende, hört ihr einfach auf zu rauchen. Richtig. Wirklich, ich lüge euch jetzt nicht an. Ihr müsst mir das einfach glauben. Es ist bei keinem Tabak jemals bei mir so gewesen, dass ich aufgehört habe zu rauchen, weil kein Rauch mehr da ist, sondern weil erst kein Geschmack mehr da hat. Beim Social Smoke ist es genau umgedreht. Ihr raucht ewig lange, erfreut euch an dem Geschmack und dann auf einmal ist kein Rauch mehr da, weil einfach der Tabak komplett trocken und schwarz ist. Aber er schmeckt bis zur letzten Sekunde so übertrieben geil. Und die Minznote, natürlich lässt sie nach. Man merkt es nach den ersten zehn Minuten, ist sie einfach angenehm, nicht mehr so extrem kalt. Und dann fahrt ihr aber eine Stunde eine richtig nice Minznote, die das Ganze richtig geil abrundet. Ich glaube, wir haben alles zu diesem Dauer gesagt. Wir müssen sich in den Dinger ziehen. Ich glaube auch nicht. Also der ist genial. Der kriegt eine hundertprozentige Kaufempfehlung. Ja. Wie gesagt, es gibt dieses kleine Manko, Social ist halt verdammt teuer. Man muss halt schauen, also wir haben den, ich habe den jetzt schon von der ganzen Weile geholt. Man darf den halt nicht dauerhaft ziehen, weil das geht natürlich echt irgendwann ins Geld. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig darüber geht und sagt, okay, ich gönne mir halt ein Abo zu meinem Kopf oder so, dann geht das auch vollkommen in Ordnung. Dann kann man mal eine oder zwei Dosen davon kaufen. Das stimmt. Und für die Sparfüchse unter euch, die jetzt denken, man, ich brauche jetzt nicht unbedingt diesen hundertprozentigen Social Small Watermelon Chill, muss ich ehrlich sagen, von 247, unsere niceste Marke aus Berlin, die haben da wieder ein Brett rausgebracht. Also die haben mit Chilling Water, heißt der, ein bisschen verfänglicher Name, kann man sich streiten, die haben damit einen absolut geilen Watermelon Chill Alternativ-Tabak rausgebracht. Der kostet halt standardmäßig 16,90 Euro und der schmeckt, ich würde sagen, so zu 85 bis 90 Prozent wie der Social Zuck. Der kommt schon ran, ja. Der kommt schon ran, ihm fehlt dann aber die Ausdauer. Ja, so lange kann man trotzdem recht. Und, aber man hat bei dem halt nicht vom Anfang an diese 10 Minuten, die man erstmal so ein bisschen dem Zeit geben muss oder sowas, die hast du bei dem nicht. Das stimmt. Kann jeder für sich selber entscheiden. Denn, ähm, ich denke mal für den anderen Tag, da haben wir doch noch nicht vorgestellt, wenn wir nicht alles gleich, oder? Chilling Water. Der Chilling Water. Chilling Water haben wir schon vorgestellt. Ja, dann kommt doch mal, also man kann, mach mal hier, da auch mal einfach draufklicken, ähm, dann hast du da auch nochmal irgendwie so ein bisschen, äh, ein Video zu, könnt ihr euch nochmal anhören, was die Jungs sagen, äh, top. Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, ist das Video auch schon wieder rum, ähm, dann hoffe ich, dass wir, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst uns doch gerne ein Like, ja, darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr euch irgendwelche Anmerkungen zu dem Video habt, schreibt es gerne in die Kommentare, wir beantworten sehr, sehr gerne Kommentare. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch auch gerne kostenlos auf den Abo-Button. Und wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt, dann raus auf die Glocke. Glocke, ne, richtig. So, dann haben wir alles wieder durch. Richtig, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Genau. Wir gönnen uns jetzt noch den Kopf, wir rauchen ihn erst nach zwei Stunden. Ja, also, ihr, wir können die Kamera auch laufen lassen, ihr könnt uns... Wir werden auch noch zwei Stunden zugucken, wie wir einfach nur die Kamera laufen. Wir reden normalerweise auch nicht miteinander, das macht man nur, wenn wir ein Video drehen. Sonst sitzen wir einfach immer nur still in der Hand. Es wurde halt jetzt langweilig, wenn wir auch mal einen Zeitraffer haben, wir sitzen halt einfach andere da und gucken. Jetzt haben wir noch... Ja, packs cách we aisle versprungen, oder? Hallo rein! Töööööö. 10 Sekunden Zeit von der Weaver